Leute was geht ab Leute, ich wollte euch das sagen Leute, dass ich in der Türkei gewohnt habe, also ich wohne in der Türkei, ich meine das, also ich wohne in der Türkei, ich wohne in der Türkei jetzt, so lange her schon, seit, keine Ahnung, egal, seit so schon lange, App Baby von zwei Monaten, also zwei Monaten, genau zwei Monate, App Baby in Türkei und Syrien, yeah, so Leute, hier ist mein Hintergrund, Leute, könnt ihr sehen, das ist von Türkei, Ja Leute, ihr habt schon gesehen Leute, was gerade passiert in der Türkei, ich wohne jetzt nicht in Deutschland, was beschadet Leute, ich habe euch gerade gesagt, und ich wurde kein, ich wurde kein von Erdbeeren gehört nicht, ich will gerade schlafen, auf einmal, auf einmal, ich stehe auf, ähm, ähm, unsere Wohnzimmer von meinem Fernsehen, mein Vater hat sich angemacht, auf einmal, kann man Dings nehmen, Erdbeeren in Türkei, ich höre, hä, Digga, was geht ab, Alter, ich gucke so, alles klar, jetzt war es beschwert, Digga, ich habe nicht, ich habe nicht gemerkt, Digga, ich habe nicht gehört, Digga, App Baby, ich werde gerade schlafen, weil ich penne einfach mal zum Zimmer, Digga, ich schlafe, Digga, egal, ich höre es drauf, so Leute, Leute, geschmiert aus Türkei, ja, ich wohne in Denison, ich wohne in Türkei, Leute, also nicht in Deutschland, wie kann man Menschen, Menschen, so einen behandeln, behandeln, seinen Leuten und schicken, Spenden, die Sachen, so komische Sachen und so, normalen Klamotten nicht, sondern immer so normalen Schuhen, Kürtel ist ein Spender, richtig Spenden, Leute, Leute, ich habe nicht nur gespendet, nicht, sondern ich spende auch dazu, Leute, die Leute nicht mehr spenden, was gerade passiert ist, ey, das ist Probleme, die Leute spenden in Deutschland und in der Türkei, also nicht in der Türkei, sondern Deutschland und Russland und Amerika, USA und was noch, England, ähm, Italien auch dazu und Albano, Kosovo, ging alles raus, meine Brüder, ey, ich würde, Leute, ich bin einfach nur mein Mensch und was gerade passiert, Junge, ich habe euch das gehört, ich habe euch das auch gehört, ich habe das auch selbst gehört, meine ich, was wäre immer passiert, lasagna ich etwas происходит, nieetwas, ich jouer das auch stolz,